hey leute willkommen zu meinem video wir werden heute mit euch zusammen ein blog drehen und ja wir fahren gleich nach pinneberg zum bubble tea shop und ja also würde ich mal sagen let's go so Dann sind wir anschließend zu Rossmann gegangen und haben uns noch einen Korb geholt und wir haben euch halt auch noch die Produkte gezeigt, die wir gekauft haben. Zum Beispiel haben wir uns diese wunderschöne Badebombe mitgenommen, die sah nämlich auf jeden Fall sehr geil aus. Dann sind wir auf jeden Fall weitergegangen und haben noch diesen Aufständer entdeckt und haben uns anschließend noch diesen Handflur mitgenommen von Isana. Und hier haben wir euch nochmal die Garnier Spülung gezeigt, die sind nämlich auch mega schön. Außerdem haben wir uns noch diese Spülung von Naturebox mitgenommen. Außerdem waren wir dann noch in der Kerzenabteilung und haben euch da natürlich auch ein paar Kerzen gezeigt, wie zum Beispiel diese hier. Aber am Ende haben wir uns dann für diese Kerze entschieden. Die ist nämlich auch mega schön und die hat voll gut gerochen. Dann kamen wir auch schon zu den Kosmetikartikeln und da haben wir euch einmal diese Essence-Produkte gezeigt und die sind auf jeden Fall alle mega gut. Also wir können euch allgemein Essence nur empfehlen, genauso wie die ganzen Nagellacke von Essence. Die haben auch eine sehr gute Qualität. Dann haben wir uns beide noch diesen Lippenpflegestift mitgenommen. Der soll richtig gut sein. Und natürlich iPads, denn davon kann man nie genug haben. Also einmal die blauen, die rosanen und einmal die goldenen. Und ja, hier haben wir euch die nochmal gezeigt. Außerdem dann noch dieses Garnier Skincare Reinigungswasser. Als letztes haben wir uns dann noch das Getränk geholt und sind zur Kasse gegangen. Nach Rossmann sind wir dann noch zur Eisdiele gelaufen und haben euch noch ein paar Bilder gezeigt. So, das war's dann eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und subscribt auch gerne. Und nachdem ihr das gemacht habt, schaut auf jeden Fall auch gerne bei unserem TikTok und bei unserem Instagram-Kanal vorbei. Genau. Bye!